Notlösungen Im Internat herrschte rege Betriebsamkeit, denn es war der letzte Tag vor den Weihnachtsferien. Tief in Gedanken versunken, ging Mia durch die Flure. Sie war ein bisschen traurig. Zum ersten Mal würde sie Weihnachten allein im Internat bleiben. Sie seufzte und betrat das Zimmer, das sie sich mit Paula teilte. Nun geh endlich zu, schimpfte ihre Freundin gerade und zerrte in ihrem vollgestopften Koffer. Doch der Reißverschluss bewegte sich keinen Millimeter. Entnervt ließ sich Paula aufs Bett plumpsen. Wie sieht es bei dir aus, fragte sie Mia. Weißt du schon, wann dein Opa hier sein wird? Mia versuchte gelassen zu wirken. Er kommt nicht. Meine Tante Nora aus Australien wird an der Hüfte operiert und Opa Renzo muss auf ihre Kinder aufpassen. Er ist heute Morgen hingeflogen. Das tut mir leid. Weihnachten allein zu verbringen war für Paula unvorstellbar. Sie liebte das Fest so sehr. Verlegen deutete sie auf ihren Koffer. Hilfst du mir mal dabei? Sie setzte sich auf den Koffer, sodass es Mia tatsächlich gelang, den Reißverschluss ein paar Zentimeter zuzuziehen. Aber dann ging es nicht weiter. Ah, zwei hilflose Damen in Not! Ihr Freund Vincent stand in der Tür und grinste. Wie ich sehe, sind hier männliche Kraft, Lebenserfahrung und Kenntnisse der Reißverschlusstechnik gefragt. Trete zurück und staunt! Entschlossen drückte Vincent die Kofferdeckel aufeinander und zog kräftig an dem Verschluss. Ein ratschendes Geräusch erklang. Der Koffer krachte auf den Boden und die Kleider quollen heraus. Verblüfft schaute Vincent auf den abgerissenen Sipper in seiner Hand. Äh, also hier handelt es sich offensichtlich um einen Materialfehler, stammelte er. Paula griff nach einem herausgefallenen Pantoffel. Vincent wich zurück. Gerade noch rechtzeitig sprang er hinaus auf den Flur, bevor der Pantoffel gegen die zufallende Tür prallte. Ratlos betrachtete Paula das Chaos. Du kannst meinen Koffer haben, schlug Mia vor. Ich brauche ihn ja nicht. Sie wollte ihn holen, doch Paula hielt sie am Arm fest. Du brauchst ihn sehr wohl. Du fährst nämlich über Weihnachten mit zu mir. Meine Eltern freuen sich, wenn du mitkommst. Mia fehlten die Worte. Überglücklich fiel sie ihrer Freundin um den Hals. Da wurde die Tür zu ihrem Zimmer ins Spaltbreit geöffnet. Es war Vincent. Er hielt ein weißes Taschentuch in der Hand und wedelte damit. Frieden? Paula kicherte. Komm rein! Vincent zog seinen Seesack hinter sich her. Hier, nimm den. Da passt ordentlich was rein. Er wollte gerade wieder gehen. Da fiel ihm noch etwas ein. Vergesst nicht, in fünf Minuten ist Abfahrt. Der Bus wartet schon. Wie jedes Jahr machte die Klasse am letzten Tag vor den Weihnachtsferien einen Ausflug. Diesmal sollten sie ein altes Kloster besichtigen. Doch keiner der Schüler hatte Lust dazu. Da ertönte bereits das Glöckchen ihrer Klassenlehrerin, Signora Nonni. Das Zeichen dafür, dass sich alle Mitreisenden versammeln sollten. Bringen wir es hinter uns, ermunterte Mia ihre Freunde, die ziemlich lange Gesichter zogen.